Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zur letzten Folge mit Eddy Merckx in der Saison 2023. Wir haben jetzt noch ein Rennen vor uns und konnten den nicht mal ansatzweise so gut entwickeln wie Bernard Hinault. Mit Bernard Hinault bin ich auch von dem Saisonende noch ein bisschen weiter weg. Wir gehen jetzt hier ins letzte Rennen rein und wir haben hier halt definitiv Stufe 10 nicht erreicht. Aber ihn jetzt so mit Bernard Hinault vergleichen ist nicht ganz so gut, denn ich werde das mal erfassen, wenn wir jetzt dann hier das letzte Rennen gefahren sind. Wie viele Rennen denn Eddy fahren konnte in dieser Saison und ich gehe davon aus, dass Bernard Hinault bestimmt 20 oder sogar 30 Rennen mehr fahren konnte in der Saison. Und naja, wenn man mehr Rennen hat, dann kann man auch mehr erreichen. Aber, naja, zumindest konnten wir mit Eddy Merckx in unserer ersten Saison die nationale Meisterschaft gewinnen. Also wir haben hier schon ein Trikot bei den Trikots. Das hat Bernard Hinault noch nicht. Der ist bei der Nationalmeisterschaft auch eine ganz gute Leistung in der ersten Saison. Er ist nur ein Zweiter geworden. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier nochmal einen persönlichen Abschluss mit Eddy hinbekommen. Indem wir hier das Rennen nochmal vielleicht gewinnen. Das wäre ja toll. Ermüdung ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, wir haben hier auch unseren B-Form-Böhepunkt. Wie haben wir dabei? Margin, Relay, Joseph, German und Gens. Müssten wir eigentlich Kapitän nochmal dabei sein. Und sind sogar auch auf jeden Fall Top-Favorit. Interview mit uns gibt es aber nicht. Da sehen wir uns gleich zum letzten Rennen in dieser Saison. Und damit herzlich willkommen zum letzten Rennen in der Saison 2023 mit Eddy, dem Japan Grand Prix. Ah, gut, Plus 2 eingefahren. Ah, und wir beim besten Helfer haben aber leider Minus eingefahren. Das ist ja die Schade. Wir sollen das Rennen gewinnen. Äh, war ergebens besser oder... Ja, du... Beide voll in diese Form. Äh, Relay ist eigentlich besser. Äh, dann nehmen wir den für Eddy. Du für... Ja, für German. Der war bei den Favoriten sogar auch mit dabei. Und was wir hier den Margin... Äh, ey, German ist auf jeden Fall schon hier. Der kann auch gleich hier bleiben, wo es Margin... Ey, das ist auch schon hier. Na, er ist vielleicht noch nicht ganz vorne, wenn wir das Rennen gestartet haben. Aber wir können auch hier mal loslegen. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier nochmal einen persönlichen Abschied in der Saison hinkriegen. Also, dass wir mit Eddy hier nochmal gewinnen. Na, ich werde euch das hier, ne? Nach dem Rennen werde ich euch das zeigen. Dann machen wir ja den Saisonabschluss. Wie viele Rennen, ähm, Eddy gefahren ist in dieser Saison. Und dann könnt ihr euch das ja bei Bernard, ne? Äh, Ino auch nochmal angucken, ne? Ist ja immer unten in der Beschreibung verlinkt. Die, äh, Playlist, äh, für die anderen Fahrer, die ich in den Radsportmanagern fahre. Natürlich auch der Kopfsteinpflaster-King Erik Zabel. Kann ich euch übrigens, äh, ans Herz legen, ähm... euch die Folge anzugucken, die, ähm, Dienstag rausgekommen ist bei Erik Zabel. Der könnt ihr mal sehen, wie ein Manager... einem Superstar-Titelverteidiger bei der Flandern-Rundfahrt verarschen kann. Also, das ist wirklich... Äh, lache ich auch sehr, weil ich immer noch diese... Ich hab halt leider, äh, die Bronchien bei mir, der sind es. Deswegen bin ich jetzt schon seit, äh, Wochen krank. Also, ich bin nicht wirklich krank. Also, ich bin krank schon, aber, äh, ich gehe halt trotzdem arbeiten, so wie es sich gehört. Und, äh, ja, da bei diesem Rennen, äh, bei Erik Zabel, was am Dienstag diese Woche rausgekommen ist, äh, ja, äh, da fühle ich mich richtig vom Manager verarscht. Ah, ich will euch nicht zu viel verraten, ey, guckt es euch lieber an. Da werdet ihr sehen, was ich meine. Ich glaub, ich sag was in der Folge auch. Es ist an Lächerlichkeiten nicht mehr zu überbieten. So, da sind ja alle zusammen. Acht Leute weg. Drei Minuten unterwegs. So, absnappen hier. Ey, 79 am Google. Mit dem Plus 2, die wir durch die gute Form bekommen. 81, das ist, wissen wir ja, wir hier gewinnen. Oh, Bettendorf, den kenn ich sogar. Äh, der hier, der wird immer wieder zurückglocken. Äh, über vier Minuten jetzt Abstand. Und zu meinem Brotchen. Vergiss halt auf der Arbeit, ey, einen Kollegen auf Klo getroffen. Äh, äh, Lascha, was? Du musst dich krank schreiben lassen. Ich so, naja, äh, mir geht's auch nicht so gut, aber, äh, ich fühl mich halt nicht so, äh, um zu Hause zu bleiben. Ich denk mal, da gibt's mittlerweile in unserer Republik ganz viele Leute, die das ganz anders sehen. Ich war auch mal, äh, zwei Tage krank zu Hause. Aber auch wenn das mit dem Hals nicht so schön ist, das ist für mich noch kein Grund zu Hause zu bleiben. Das, wo ich dann, äh, wegen diesen, wegen der Erkältung zu Hause geblieben, das war dann halt, weil ich da zusätzlich Kopfschmerzen hatte, ne? Weil man Kopfschmerzen hat, kann man sich in meinem Job zumindest, ne, ganz schlechte, konzentrieren. Und dann würde man wahrscheinlich, äh, im Computersystem ziemlich viele Fehler machen. Und naja, ob das dann so sinnvoll ist, ne? Weil, die Fehler zu korrigieren, deutet, äh, dauert meistens länger als... Wenn man das halt nicht gemacht hätte. Na, natürlich hat mein Arbeitskollege recht, der ist natürlich nicht gerade sinnvoll, irgendeine Erkältung zu verschleppen, was ich jetzt schon, äh, drei oder dreieinhalb Wochen, glaube ich, mache. So, nach dem dicken, fetten Hügel, jetzt kommt, äh, jetzt erstmal wieder Wasser holen. So, das war der Vorhügel, jetzt kommt, äh, der ist der richtige. Den Eiern waren wir noch hoch. Abstand wird auch schon deutlich kleiner. So, der Arme, die Spitze des Hügels erreicht. Oh, Joseph, immer ein bisschen produzieren. Ich meine, auch wenn wir mit Eddie nicht so erfolgreich sind, ne? Immer, kann ich nur wieder reden, dieses, äh, Trikot des belgischen Meisters zu tragen, ist natürlich ein unheimlich krasser erfordert in der ersten Saison. Und unter Umständen, je nachdem, wie die Weltmeisterschaft nächstes Jahr, äh, ist, und wenn wir dann dabei sein sollten, würde es natürlich die Option geben, in der zweiten Saison vielleicht sogar mal Weltmeister schon zu werden. You just gotta hang on! Eigentlich selbst mit dem guten alten Erik Zabel, der ist in der dritten Saison geschafft. We're halfway to the finish line. The team leaders should be coming more and more to the four. Ah, Tempo ist zwar erhöht, aber noch nicht so hoch, aber hier, haha, also für 35 Leute ist das Tempo schon viel zu hoch. Ah, ich denk mal, ne, weil der Hügel jetzt nicht gerade ohne ist, das Feld wird jetzt nach und nach, fünfmal müssen wir den Hügel noch fahren, das Feld wird nach und nach auseinander, oder so. So, wir könnten hier mal, äh, schon mal Gruppen verteilen, also wir beiden, ihr seid so meine besten Helfer. Die ersten, die mit anpacken, die mit anpacken, die mit anpacken, die mit anpacken, äh, hier, 21 in A1 und 21 in A2. Ja, da haben wir die hochwichtigen Fahrer schon mal auf 90. Ey, die trägt hier auch die 1. Das Feld ist wirklich heiß, also für den Moment, wir sollten nicht zu viele Anpacken sehen. Und natürlich hätten wir vielleicht Stufe 10 erreicht, ich hab natürlich auch das eine oder andere Rennen ein bisschen verkackt, ne, das, ähm, bleibt nicht aus. Auch wenn ich hier zwischendurch mal Pause mache, sind es ja meistens irgendwelche Entscheidungen, die man in wenigen Millisekunden fällen muss, um halt noch dran zu bleiben an irgendwelchen, die ausreißen oder so. Oder aber, ne, im falschen Moment selber mal angeboten, sowas kommt immer mal vor. Für irgendwelche Leute, dann sagt er noch was. Für irgendwelche Leute, die nicht so bewandern mit dem Radsportmanager sind, das, äh, mag jetzt für Außenstehende immer alle so relativ easy und so aussehen, aber, äh, das ist, wenn man auf Extrem spielt, ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Weil die kleinsten Entscheidungen, die man fällt, die können schon unheimlich große Auswirkungen machen. Und ich spreche da aus Erfahrung. Mit genau diesem Jahr hier. Genau, mit 2023 spiele ich dieses Game zwei Jahrzehnte jetzt. Und wie man sieht, ich bin immer noch völlig begeistert. In meinen Augen immer noch beste Manager-Spiel, was es überhaupt gibt. Da kann der Motorsportmanager, der Fußballmanager, äh, was weiß ich für Manager, die können hier mit diesem Radsportmanager alle nicht mithalten. Sie sind einfach, ich spiele sie halt auch, aber, äh, finde ich, lohnt sich jetzt nicht, das im Let's Play zu präsentieren. Sie sind einfach irgendwann zu langweilig, alle. Am langweiligsten für mich ist immer noch der Fußballmanager. Auf den habe ich meistens so nach ein, zwei Saison habe ich keinen Bock mehr, auf den zu spielen, weil es viel zu leicht alles ist. Und man gewinnt halt einfach nur noch. Jetzt hätte ich mal, außer ich bin mal ganz gut nach vorne gekommen und wird hier gleich von diesem Australier hier, ne, drückt uns gerade wieder zurück. Ja, und zack, fast eine Lücke hier gerissen. Man, gut, der jetzt kein Kopfscherpflaster ist. So, die letzten drei Male den Hügel. Das Feld des Hübels auseinandergebröselt. So, jetzt bräumann, stopp. Der ist fetsch. Der ist fetsch. Ich hoffe, ich habe noch mal Wasser brauchen. Äh, 38 Kilometer. Ich glaube, ich könnte noch mal Wasser holen, ne. Also, wir beide auf jeden Fall erzählen euch. Dankeschön für eure Hilfe. Also, Josef hat hier länger durchgehalten wie ging. Ja, das geht, denke ich mal, an seiner guten Formen. So, der, äh, kann nur noch ein bisschen Eddie beschützen. Ja, nach vorne, roundabout anderthalb Minuten, das ist alles noch Tutti. Das ist ein Böhmann, das ist ein Böhmann. So, jetzt sind wir unsere beiden hier mit rausgeflogen. Wir sind schon in A1. So, das ist eine Abfahrt. Eddie, komm mal ein bisschen nach vorne, ey. Äh, watschend. Hält doch nicht dein Kapitän auf, hier. Stopp. Oh, ordentlich rot verloren. Na, das vorletzte Mal der Hügel kommt. So, meine beiden Tophelfer hier mal ran. Wenn die überhaupt noch rankommen. Machen wir mal 87. Es ist immer noch über eine Minute nach vorne zu den Vieren. 35 Mal noch in unserer Gruppe. So, Marschend ist schon vorne. Will er angreifen. Führt er einfach nur mit 99 Mal wieder. Oh, ey, die müssen aus dem Sattel. Ja, er hat halt, dadurch, dass wir diesen Kopfscherpflaster nicht nochmal einmal pushen konnten. Hat er halt in der Ebene zu wenig. Ja, Gruppe wird immer kleiner. Komm, vielleicht kriegst du ja nochmal Wasser ran. Ihr beiden euch auch nochmal Wasser holen. Oh, da ist Eddie wieder aus dem Sattel. Oh, da haben wir sie gleich. Oh, alle eingefangen. Äh, runterdrehen. Wenn Eddie für den letzten Hügel so viel Energie wie nur möglich hat. Oh, was ist denn da los? Was willst du denn? Oh ja. Mit dem haben wir schon mal gebettelt. Bei so einer Hügeletappe oder Hügelrennen. Boah, der hat schon 20 Sekunden Vorsprung, der eine, ne? Schnelle, ja. Ich würde ja nur vom Glück sagen, dass er alleine fährt. Immer noch 20 Sekunden. Sogar ein bisschen mehr, ne? Jetzt wieder weniger, mehr. Aber halt, er muss alleine fahren. Na, da fahren wir jetzt 89. Das müssten sie eigentlich bis zu dem Hügel schaffen. Damit der mich hier nicht blockt, nehmen wir den mal schon mal weg. Dankeschön. 13 Mann nur in der Gruppe. Eddie hat gut Rot, hat auch sehr gut Gelb. Ich glaube, der hat da gerade schon mit dem Kopf gewackelt, der Sporn hier. Ja. Ja. So, der greift auch noch mal an. So, jetzt kommt noch der Voreinstieg. Stop. Bleibt mal hinter dem dran. Ihr hört jetzt auf. Nee, nee, nee. Ihr hört nicht auf. Man sieht sofort, äh, wie das Tempo direkt weniger geworden ist. Ja, wer gar. Das Motorrad blockt uns. So, jetzt haben wir stoppen. Wieder. Ein Attack ist gelangt. Die Gruppe muss sich entfernen. Der ist das, ne? Ja, der greift noch mal an. Du drehst mal runter. Du, äh, hast leider nicht mehr so viel Rot. So, wuseln. Wissen tun wir von all denen Leuten. Tisch. Tisch, 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 Tisch. Ihr fahrt für euch alleine. So, wir sind hier zu viert. Oh ja, Hippertz ist ein super Typ. Tangles hier hinten ist auch gut. Äh, Zeidel, mit dem haben wir sowieso schon mal gebattlet. Wissen tun wir von all denen Leuten nichts. Jetzt greift der Eddie an. Es geht bergab. Er ist weg. Zack, zack, zack. Alles rein. Und abfahren. 15 Sekunden. Zehn. Ja, ist halt leider in der Ebene nicht gut. Das ist halt sein Nachteil. Ja, jetzt müsste eigentlich die Stromlinie reichen bis zum Ende. So, hinter uns ist nur noch einer. Drei Kilometer gleich noch. Da kommt noch mal eine kleine Abfahrt. 20 Sekunden. 30. Das sieht gut aus. Eddie ist hier auf dem Weg, sein nächstes Sieg einzufahren. Ja, ganz sicher. 45 Sekunden, Alter. Hu, 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 hu. Da ist der nächste Sieg für unseren Eddie. Full Power. Ja, nochmal hinterm Auto einordnen. Oh, mal nicht den Bogen nehmen. Ich nehm mal was anderes. Ich hab die Faust genommen. Sehr schön. Sehr schön. Gönn mal noch. Top Ten. Marchend. Marchend. Top Ten, oder? Ja, ja. Sauber. Der ist auch nochmal in den Top Ten. Da kommt auch schon Joseph. Dreizehnter. Unschlecht. Nur zwei von uns unterwegs. So, und dann können wir schneller machen. So, da kommen unsere letzten beiden. Und damit ist die Saison abgeschlossen. Da kommt der Eddie. Ganz alleine. Der kann doch nicht mal das Auto mithalten. So, und für das letzte Reden gönnen wir uns noch nochmal die Siegerin. Also mit den Leuten, die bei uns da reiten sind, müssten wir auch eigentlich im Team ganz braun sein. Ja, ich sehe bei den anderen Teams immer jeweils nur einen. Ja, da haben wir auch nochmal mit dem Team gewonnen. Da unten ist unser neues Team. Green Project Badiani. Der ist auf Platz 9 reingekommen bei den Teams. Ja, da haben wir es. Das war die Saison 2023. Ja, knallt da nochmal ein paar Punkte für raus. So, Zufriedenheit geht auf 91 hoch. Alter, die müssen ja wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob die jetzt auch sinkt, wenn keine Rennen mehr gefahren werden. Äh, ja. So, äh, ich nehme euch hier jetzt nochmal mit bis zum November. Und dann könnt ihr mal sehen, warum ich den Rest dann für euch rauscutte. Da passiert nichts mehr. Ich finde, könnten sie eigentlich so programmieren, äh, dass es vorbei ist. Aber warte mal, was ist da los? Nochmal kurz Stopp. Ist vielleicht irgendwas mit einem Update gekommen? Weil ich habe ja schon mit meinem Einfahrer, habe ich die erste Saison schon durchgespielt. Und da, äh... Ja, da konnte man kein Training mehr machen. Ne, geht auch, geht auch, geht definitiv nicht. Sieht man ja, ne? Ich darf hier nur das Training bis zum 22. einstellen, auch wenn hier halt angezeigt wird, 23.10. bis 29.10. dahinter, dass ich nichts eingestellt habe. Aber ich darf halt auch nichts einstellen. Äh, deswegen machen wir jetzt ja mal ein bisschen bei dir her. So, Transfermarkt ist auch geschlossen. So, und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Habt ihr das gerade gesehen? Der Monat ist umgesprungen. Es gibt hier auch keine Monatspunkte mehr. Äh, ich weiß gar nicht, warum das hier angezeigt wird. Ob das, ob sie das vielleicht gar nicht so wollten, ist natürlich auch die, äh, Möglichkeit. Das schließe ich nicht aus. Aber auf jeden Fall, wir können hier nichts mehr machen. Also es läuft jetzt, ne? Bis zum, äh, 1. Januar läuft das Game durch und man kann kein Training mehr einstellen. Man kann gar nichts mehr machen. Äh, von dort her. Machen wir mal den Saisonabschluss hier. Also Karriere, ne? Naja, das, äh, absolut Beste für uns war natürlich die Belgische Meisterschaft. Äh, im Zeitfahren sind wir natürlich nicht so gut gewesen. Äh, da haben wir noch, äh, gut, weil Lon hier gewonnen. Etappenrennen, Tour of Arctic. Äh, ist ja auch so ein Continental Pro-Rennen. Sind wir immerhin Dritter geworden. Na, jetzt, äh, hier noch in dieser Folge gesehen den Japan Grand Prix gewonnen. Ja, da, weiß ich nicht. Das hätte ich vielleicht besser machen können. Die City Manor-Zykliste Internationale. Da sind wir leider nur 8er geworden. Konnte zwar eine Etappe mitnehmen. Ja, Österreich-Tour, mh, zu heftige Bergetappe, die eine. Das war aber auch immerhin 6er geworden. Ja, da haben wir noch so ein paar Siege eingefahren, ne? Route de Finestre haben wir gewonnen. Hier die Tour de Britannia haben wir gewonnen. Äh, Lille haben wir Classic haben wir gewonnen. Und den dritten Cyanide Cup haben wir auch gewonnen. Insgesamt sind wir jetzt hier, äh, in dieser Saison auf 67 Rennen gekommen. Und da empfehle ich euch dann mal die letzte, äh, Folge von, äh, Berna Inou. Die noch ein bisschen auf sich warten lässt, bis sie rauskommt. Weil, wie gesagt, da konnten wir viel mehr Rennen fahren. Äh, da könnt ihr mal den Unterschied sehen. Ich glaube, der hat, äh, über 100 Rennen oder so. Oder kurz vor 100 oder irgendwie so. Ich hab's nicht ganz genau im Kopf. Ja, äh, können wir bei den Ergebnissen mal rein. Einmal hier die Platzierungen. Auf was haben wir das denn geschafft? Ich finde das gar nicht so schön, dass es hier keine, äh, Continental und Continental Pro, äh, Rangliste mehr geht, sondern nur noch diese Hauptrangliste hier. Äh, äh, der, 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 sagen wir mal mein Team an, dann wird's übersichtlicher. Also wir haben sie in der ersten Saison immerhin auf Platz 60 der Weltrangliste geschafft. Aus unserem Team auch deutlich der Beste. Bei den Siegen, äh, ist Pogacar mit 27 ganz vorne. Wir sind 9er geworden, haben 10 Sieger eingefahren. Und immerhin, äh, Belgien, das Land, wo wir ja mit Eddie auch fanden, äh, hat sozusagen die Länderwertung gewonnen. Jumbo Wismar ist bestes Team geworden. So, Schlüsselmoment. Habt ihr hier mal die großen Touren? Da sind wir natürlich nicht dabei. Äh, wir sind hier bei eigentlich allem nicht dabei. Außer hier. Zack, das mache ich euch an. Da steht der Eddie. Belgischer Meister geworden, äh. Nicht schlecht. Also richtig guter, äh, richtig guter Erfolg. Ja, und das wäre es jetzt auch mit dem Saisonabschluss. Äh, ja. Dann hoffe ich, dass ihr wieder mit der ersten Saison euren Spaß hattet mit Eddie. Wir sehen uns dann zur neuen Saison. Den Rest, der jetzt hier kommt im Jahr, den cutte ich euch einfach raus. Bis dahin, bis denne und Jerry. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.